Hey Leute, willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem mega geilen Projekt, nämlich zu einer Spieler-Karriere im Koop-Modus zusammen mit dem Jan. Hi! Ahoi! Wir haben das Ganze natürlich wieder auf beiden Kanälen gemacht, auf Jans Kanal rechts um mich verlinkt, mit Rapid Wien, Rapid Wien, keine Ahnung sowas, in der österreichischen Bundesliga. Wir haben euch abstimmen lassen in einem Video, das Jan online gebracht hat, haben richtig viele Leute unter die Kommentare geschrieben. Über 300 schon, unglaublich krass. Und wir haben jetzt gar zwei Stunden oder drei Stunden, nachdem wir das Video hochgeladen haben, also es ist auf jeden Fall mega, mega krass. Und da stand aber auch ganz, ganz oft Liverpool drin und das ist natürlich der Klub, den wir uns heute nehmen werden, hier in meiner Karriere. Wie gesagt, auf beiden Kanälen gleichzeitig, könnt ihr euch aus verschiedenen Sichten dann angucken. Bei seiner Karriere ist er der Stürmer, bei meiner Karriere bin ich der Stürmer und eher eben der ZOM. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein bei Liverpool. Kennt man das? Oh! Shit, Leute! Also Leute, wir sind natürlich in der Champions League vertreten, aber hier gegen Barcelona und Dortmund und Nizza. Ja, Barcelona, Dortmund, ei, 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 Nizza, keine Ahnung, sind auch nicht schlecht, aber geht noch im Vergleich zu den anderen. Man, krass. So, das sind die Erwartungen. Im Champions Cup, also im Champions League Halbfinale erreichen, den Emirates FA Cup gewinnen und in der Premier League Ligameister werden. Auf geht's, würde ich sagen. Easy. Vor allem für uns so als Spieler. Erster Profi-Vertrag. Genau, Leute, also übrigens, das müsst ihr wissen, wir haben hier unseren ersten Profi-Vertrag unterschrieben, hier bei Liverpool und wir sind noch nicht so gut, also ist schwierig. Aber Leute, keiner hat gesagt, das ist so eine leichte Aufgabe, das ist eine Karriere, das ist eine richtige Herausforderung. 20 Mannschaften bei der Österreichischen Liga sind es 10. So, Leute, wir haben unser erstes Spiel gegen Watford und spielen das Ganze hier auswärts. Unser erstes Spiel auswärts kann man auch mal machen. Ich bin gespannt, ob das was wird und ob wir hier, obwohl wir ja nicht so krass bewertet sind wie die anderen, hier uns trotzdem auszeichnen können. Mega, mega nice. So, Premier League, wir haben hier alle Lizenzen, das ist richtig, richtig nice. Bin mal gespannt, eine Karriere hier oder vielleicht sogar noch eine Saison, ich weiß nicht, wie das hier vorangeht. Vielleicht wechseln wir auch irgendwann, man weiß es nicht. Ja, hier bei Liverpool, wie gesagt, ihr habt entschieden, also es ist nicht so, dass ihr es in den Kommentaren hier schreibt, warum wir so einen krassen Klub nehmen. Ihr habt entschieden, welche Mannschaft ihr euch wünscht. Und, äh, ja, falls ihr eine Karriere mit einem schlechtern Klub sehen wollt, müsst ihr euch an vorbeischauen. Ja. Ja, die, dieser Klub, äh, ja, ist nicht, ja, ist nicht so krass. Oh, da sind wir, du riechst dich da, ja, zwischen Mohamed Salah und Mané. Da gehören wir hin. Da gehören wir hin. Ja. Lol, das ist mein Start. Da mach ich den ersten Schuss aufs Tor und er ist drin. 1 zu 0, Liverpool. Ach man, ich wollte auch mit hinrennen. Komisch. Jan hat übrigens die Nummer 12, wie ich die Nummer 9. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ist zwar nicht die gleiche Nummer wie in der anderen Karriere, da hab ich Nummer 11. Hab ich aber gar nicht vergessen. Und bin ja ein Stürmer, also ein Neuner. Das passt schon. Passt, passt auf jeden Fall. 1 zu 0 nach 6 Minuten, mein erster Schuss aufs Tor für Liverpool. Das kann man machen. Das ist mein Start. Kann man machen, ja. Glaub ich aber auf meinem Ferrari in der Formel 1 Saison auch eine 12 als Nummer draufstehen. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ist das ein Zeichen? Ne, das hat, naja, also ich hab mir das ausgesucht. Mich hat einer übrigens gerade hingefetzt. Oh, jetzt vielleicht. Ja, mit der Chance. Leute, wir spielen hier übrigens auf Legende. Nur, dass ihr mal Bescheid wisst. Nicht, dass ich hier denke, wir spielen hier auf einem schwachen Schwierigkeitsgrad. Also Legende, stärker geht nicht. Boah, was hast du denn? Ja, ich weiß auch nicht. Und eine echt gute Chance hier. Crazy. Wie das kommen kann. Ich verstehe es auch nicht. Ey. Ach, Mist. Ich hab auf, ey, ich hab auf passen gedrückt und in dem Moment haut er mir da das Bein rein. Oh nein. Ach, ey, nicht vor der Halbzeit, nicht vor der Halbzeit. Komm, komm, komm. Oh, wie eine Latte. Oh, nächstes Mal Latte. Voll, das war genau dieselbe Position eigentlich. Also der Ball hat die Latte, das Ball hat die Latte, ähm, gar am selben Punkt getroffen ungefähr. Crazy. Ja, man kann auch mal Glück haben. Oh. Ja. Und das nächste Mal haben wir mal dieses Mal. Oh. 1 zu 1. Kurz vor der Halbzeit. Mist. Aber du kannst halt nichts machen. Wir, wir warten vorne auf die Bälle. So weit zurück kann ich als Stürmer auf keinen Fall. Karius bekommt den Ball nicht. Ja, da kann er nicht viel machen. 1 zu 1. Bitteschön. Danke sehr. Das ist Halbzeit, naja. Halbzeit, Leute. 1 zu 1 hier kurz vor der Halbzeit noch das Gegentor kassiert. Schade, aber die Fans gehen ab, Alter. Guckt. Wow. Mir ist das Pixelbrei auf den Rängen. Ja, die Qualität ist, äh, ja, ist nicht so geil, Leute. Aber, das soll uns nicht da, eben, das soll uns nicht da hindern, hier Spaß zu haben und hier eine geile Karriere zu machen. Und ich gebe dir wieder den Ball und würde sagen, die zweite Halbzeit soll noch besser werden. Ja, wir haben schon einiges Gutes gezeigt. Und das Ganze jetzt noch besser umgesetzt in Durchgang 2. Wir wollen es denn einen Sieg geben. Ich denke, das sollte auch unser Anspruch sein eigentlich als Liverpool. Normal schon, ja. Also, unser Trainer, äh, Makiki oder so. Oh, keine Ahnung. Oh, nein. Ah, Karius. Oh, nein. Oh, Karius, Junge. Wir haben so ein Glück, ne? Ja, ist halt wirklich so. Wir haben so gute Chancen, ey. Scheiße. Oh, nee. Was, ein unglaubliches Glück in diesem Spiel. Oh, Karius. Alles ist echt krass. Aber es muss natürlich immer spannend bleiben, weil wir können ja jetzt nicht hier durchgasen. Vor allem, wir sind ja echt nicht krass bewertet eigentlich. Ja. Unsere Spieler sind ja noch ganz am Anfang. Wie gesagt, wir geben unser Debüt jetzt hier gerade. Oh, Karius hier schon wieder. Ja, es ist tatsächlich so. Also, wir geben hier unser Debüt und, äh, ja. Also, für die Premier League sind wir echt nicht so krass bewertet. Nein. Der schummelt sich einfach an mir vorbei, währenddessen ich mir den Ball vorlege. Ich dachte, das wäre das Perfekte jetzt. Oh, ich kann auch keinen Ball irgendwie glücklich bekommen. Das soll ich schon in deiner Folge sagen. Alter. Alter, Karius muss richtig viel hier gerade machen. Ja, aber ich glaube, hier hätte er nicht hingemusst. Aber er muss schon, er muss schon echt viel machen. Ja. Nein. Nein. War das knapp und jetzt hat er raus, Alter. Das ist so ein Bullshit, ne? Noch 10 Minuten und wir haben keine Zeit, Mann. Gibt's so nicht. Oh, oh, oh. Jawohl. Das kann's jetzt sein. Das kann's echt sein. Komm, Mike. Jawohl. Oh, die Chance und alles eingeleitet von dir. Und da bist du sogar beim Jubeln. Hi. Hi. Das war nice. Oh, ich hab so gebetet, dass du ihn reinmachst einfach. Hat's gebracht. Du warst einfach so dicht am Torwart und hast dann erst geschossen. Ja, das muss man, das muss man machen. Wenn man noch nicht so einen krassen Schuss hat, dann ist diese Taktik am Essen hier. Am Torwart vorbeigelegt. 2 zu 1, solange ist es nicht mehr zu spielen, einfach über die Bühne weg. Nein. In deinem Mulch. Nein. Oh, Karius. Jawohl. Ich bin ganz unten an der Außenlinie. Ah, er passt wieder nicht hier. Was ist das? Steiner. Jetzt passt er dir ja. Aber wir haben's. Jawohl, Leute. Jetzt. Wir wohnen. Sogar beide Tore von mir, Alter. Wow. Richtig guter Start. Das ist echt ein Start nach Mars in die Premier League. Er hat gerade Mischak gejubelt. Mischak, ja. Der war der beste Mischak. Der Mischak. Ah, er ist so guter Kumpel. So. Nächstes Spiel. Einfach direkt rein starten, weil es gibt eh nicht so viel. So, Leute. Nächstes Spiel gegen Crystal Palace. Die sind am einen Punkt geholt in dem Spiel gerade eben. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Und ich hoffe, dass wir auch hier zu Hause, jetzt spielen wir zu Hause an der Enfield Road, dass wir auch hier gewinnen können. So, wir sind an der Enfield Road Liverpool gegen Crystal Palace. Bin, wie gesagt, gespannt, ob wir das hier auch gewinnen können. Mal gucken. So ein Kass-Spiel, wie gerade eben, wird es wahrscheinlich nicht. Zwei Tore in einem Spiel ist schon echt nice. Aber man weiß es nie, wie es jetzt läuft. Vielleicht machst du jetzt zwei Tore in einem Spiel. Schauen wir mal. Das wäre geil. Aber ich wäre mit der Vorlage auch gar nicht so schlecht bedient. Das wäre auch cool, ja. Das fände ich toll, ja. Einfach coole Szenen, cooles Spiel. Ich würde sagen, let's go. Meine beiden Mannschaften ja eigentlich, gegen die wir hier spielen, Chris Palace und Watford, weiß gar nicht genau, wie man die hundertprozentig ausspricht. Aber eher schlechtere Mannschaften, außer Premier League. Ja, gut, dass wir gerade 2-1 gewonnen haben. Ja, mit tausend Pfosten Schüssen. Ja, eben. Das war eigentlich so voll glücklich. Oh, Mané. Mané legt hier den Sprint ein. Ja, auf einen zweiten Pfosten. Und er macht gar nichts. Nice. Was ist denn das? Oh, das kann was werden. Jawohl! Jetzt! So macht man's. Und da kommst du an den Rausch. Perfekt. Läuft richtig am Schnürzeln. Krass, Alter. Ich hab mich das getraut und es hat funktioniert. Ich meine, der war schon echt weit raus. Ich dachte, komm. Zack. Und... Alter, krass. Ich bin gerade sowas von zufrieden. Halb. 1 zu 0. Krass. Ah, jetzt können wir was Richtiges machen. Junge! Komm, 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 komm. Er zieht mich am Trikot. Was soll das denn? Jawohl! Oh, Alter! Was geht denn hier ab, Leute? Jawohl! 2 zu 0,20. Spielminute. Ich hab hier sogar noch einen Fake-Shot gemacht, Alter. Krass. Boah, hier haben wir den Tricks gut gearbeitet. Ja, ich wusste nicht, wie ich jetzt an dem vorbeikomme. Sondern ich dachte, komm, zack. Probierst du es. Und es funktioniert gerade viel. Also, das heißt viel. Die Sachen, die funktionieren sollen, funktionieren halt. Mischak freut sich. Mischak freut sich, ja. Nice! Ich find den so cool. Ja, der ist das nice, ja. Alter, Mischak ist ein toller Trainer. Oh, da haut auch er die Tricks raus. Ey. Ey, passt. Ja, passt halt auch gar nicht. Er macht ja Leingänge. Und jetzt verliert er den Ball. Und er holt dann sich wieder. Was macht er? Oh! Das ist eigentlich schon... Oh! Nur mal hinten drauf gefallen. Das war schon ein Foul. Gelb, hallo? Vielleicht? Nee, danke? Okay. Hoffenbar nicht. Ah, der Tor war das so schnell, ja. Oh, da kommt er auch in Sturkeln. Gibt's Abstoß, nee. Was? Hier, die zeigt Abstoß. Ich hab extra noch X gedrückt, damit ich den Ball irgendwie gegen einen... Alter, guck mal, mein Tor... Wie? Vier Tore in zwei Spielen. Ja, das ist voll krass, ne? Ist die Qualität immer noch so kacke? Ja, gut. Die ist gut, ja. Die ist gut. Alter, krass. Versteh's auch nicht. Ist grad was kaputt? Junge, ich bin ganz so erbärmlich hingefallen. Komm, komm, komm. Komm mit. Ja, ich bin dabei. Ins Abenteuerland. Go into the middle. Guck mal, wie schnell ich bin. Oh, ups. War nicht so geplant. Halbzeit. 2 zu 0. Bisher wieder ein echt krasses Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass wir wieder zwei Tore machen. Und, äh, ja. Du, ne Vorlage. Das läuft. Definitiv, find ich gut. Liverpool ist wie für uns geschaffen. Oh. Jetzt. Jawoll. Das war ja wohl. Astrein rausgespielt einfach. Das war Astrein rausgespielt. Besser kann man's nicht machen. Jetzt hab ich auch sogar ne Vorlage. Alter. Also hier läuft's. 3 zu 0. gegen Crystal Palace. Astrein ist Zusammenspiel. Die Mannschaft hat sich direkt gefunden. Das ist gut zu hören. Erste Folge. Erste Folge. Ja. Vier Tore, eine Vorlage. Und du hast auch ne Vorlage. Krass. Oh. Karius. Am Schach. Richtig geil. Oh, das kennst du's? Ja, ich hab ne richtig Kacke. Was auch noch das war. Ja, das war ja nicht mit Absicht. In die Hacke gespielt. Ja, den halt richtig dumm angenommen. Oder halt in die Hacke, ja. Ich krieg grad so viele Bälle. Ich bin echt überfordert. Die wollen alle zu mir. Und er macht wieder gar nichts. Ist immer derselbe Typ halt auch, ne? Ja. Das ist immer dieser Vignaldum, Vignaldum, was auch immer. 3-1. Der Ehrentreffer. 3-0 wäre schöner gewesen. Aber wir haben nur noch vier Minuten ungefähr. Also kein Problem. Sollten wir gewinnen. Das war ein schöner Schuss, schönes Tor. Das war's. 3-1. Zwei Siege. Zweimal richtig souverän. Ja, okay. Das war ein bisschen knapper im ersten Spiel. Aber auf jeden Fall zweimal gewonnen. Und echt gut gespielt. Echt gut gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Fann ich auch. Beide Male. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, das hört nicht auf. Das geht einfach so weiter. Nicht, dass ich unbedingt die ganze Zeit Tore mache. Aber, dass wir einfach gut weiterspielen. Gut zusammenspielen. Und ja. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei. Schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei. In seiner ersten Folge. Und dann würde ich sagen, hau doch rein. Bis dahin. Und ciao, ciao. Ciao. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.